hallo youtube und herzlich willkommen zur nächsten folge jumpace wieder eine folge jumpace auch wenn sie langweilig sind guckt mich nicht und letzte folge haben wir gegen den verloren und diesmal sofort ein nicer jump am anfang und abkürzung über abkürzung ich bin vor ihm ja irgendwie habe ich gerade für diese runde kein thema mich hart nicht ich habe es prophezeit ich werde in dieser runde schlagen ich habe es prophezeit ich werde meine prophezeiung wahr werden lassen und in den labyrinth werde ich wieder verkacken links ist meine wahl ja links war richtig ich sag's euch das ist wieder der richtige weg locker locker der kennt hier so alles auswendig oder so eine scheiße von der brinden her wie schnell ich bin nein wie schnell ich bin ich bin so ein rusher oh mein gott hey ohne turbo sprint ist es viel einfacher finde ich okay diese ganzen komischen geräusche versuche ich jetzt mal zu unterdrücken beim springen das ist auch kein geiles commentary und zwar ja eigentlich bin ich gleich auch schon durch ich bin halt der harte rusher was war los aufnahme jajuuu land stein ich sehe er ist verschwunden ok ja bis jetzt mal ein spaß diesmal mache ich meine längere anmo und zwar ich kann man nicht ähm und zwar ja könnt ihr mal gerne in die kommentare schreiben wie ihr meinen text pack von splint gaming so findet wäre mega nice wenn ihr dazu mal ein feedback da lassen würdet und da ist gerade ein platz frei Und dann nehme ich jetzt die nächste Runde auf. Tschö, mädö.